30 Sekunden, 30 Sekunden. Bürgermeister, Herr Josef Granda, schießt. Jetzt führer Martin Weigl. Messieurs les coureurs, attention! Partez! Oh, wie genau, dass er gepasst hat. Der Startschuss der Klasse 10 der Herren von dem Bürgermeister Josef Granda, die Markengemeinde St. Tirol präsentiert. Lauf Nummer 3. Eine Runde, 40 Kilometer. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, ein verletzungsfreies Rennen. In 5 Minuten geht es bereits weiter.